Hallo Leute, Herzlich Willkommen auf den Gnads, dann noch Knie, und wir haben hier einen Moment gespielt. Wir haben ruhig, und wir starten auch direkt. So. Ähm, das hab ich ganz vergessen wo ich hin will. Kurz, äh, stehen bleiben, so. Ähm, LKW-Firma. Och ne, da hab ich schon wieder keinen Bock drauf mehr. Okay, jetzt wurde ich geblitzt. So. Jetzt aber. Mein Tank ist gleich leer. Okay. Muss ich nicht verstehen. So. Jetzt würde mein Auto einfach stehen bleiben. So. Ich starten. Ähm, wir nehmen die hier. So, also ich hab den hier. Wie viel XP hab ich jetzt eigentlich? Ah, 3.015. Das heißt, ich hab den hier. Den etwas größeren LKW. Den ich ja, ich will den schon die ganze Zeit haben, aber ich schaff's irgendwie hier nie die ganze Zeit LKW zu spielen. Und deswegen spielt sie jetzt in diesem BT. Oh, so. Let's go, würde ich dann mal sagen. So. Wir müssen, keine Ahnung, wohin. Ich hab den. Ich hab den, ich hab den. Ich hab den, ich hab den. Ach, der ist. Die Polizei auch da. Muss man den verstehen? Jetzt fährt das, rückwärts und rückwärts. Und rückwärts. Ah, ja. Bitte, halt mich nicht an. Das wäre lieb. Ich glaub, der spielt am Handy tatsächlich. die zumindest so aus da let's go fahr mal hier rechts rein dann links bitte bleib grün ampel grün bleiben naja jetzt ist er nämlich rot geworden also hier ist auf jeden Fall anscheinend noch Schnee auf dieser Map aber ja also keine Ahnung warum also Schnee ist schon lange vorbei aber okay das Haus brennt was ich einfach gerade belieferte naja hatte ich auch noch nie ich sehe ja dass die die Autos neu gemacht haben also das steht jetzt in Merch and sie haben ruhig drauf okay 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 ne ich muss hier wieder zur LKW-Pirma so oder was hat der für Probleme muss man nicht verstehen so jetzt ist es genau jetzt wieder der Rot geworden was ist das für Scheiße egal 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 ups jetzt hab ich hier ausgersehen jetzt geht's wieder Lieferung abgeholt das heißt ich hab die noch nicht mal gebracht also ich bring die praktisch also jetzt es wird grün rauf die Tor da ah ich muss noch äh 6 ich mach immer das am meisten XP bringt ähm also wenig XP will ich nicht haben wär schon wenn dann viele haben ne Baum so perfekt äh ob ich das da abgeben soll was denn jetzt ihr checkt gerade das Spiel nicht also anscheinend soll ich hier wieder hin äh als wenn ich jetzt 46 XP innerhalb nur einer Sekunde machen könnt ihr mal ach ne ich hab noch ne Lieferung ganz schnell abgeholt so und jetzt könnte ich fahren also jetzt kann ich fahren ok muss ich nicht verstehen also ich habs gerade echt nicht verstanden aber ist ja nicht schlimm ich hab mit ihm wow waa jungen fahrern wir ich hab schon nicht fahrern wir 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 So, jetzt können wir nämlich nach da hinten wieder fahren, wo auch mal wir hinliefern sollen. Das hätten sie auch noch machen können, hier so eine Anzeige, rechts irgendwie oder so, oder links irgendwie mit einem Navi, wo ich halt liefern muss und sowas. Das wäre noch nice, tatsächlich. Aber ist Kraftkontrolle jemals. So. 50 gibt das. Ist jetzt dunkel, mach mal Licht an. Wo muss ich denn hin? Ups, ich hab auf der Segen gerade gerufen. Ich wollte gar nicht hupen. So, und jetzt muss ich nach da hin. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zu dieser LKW-Firma. Das ist wahrscheinlich dann die letzte Lieferung, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist dann die letzte Lieferung. Und schau mal. Ich kann mich nicht mehr auf die Ecke. So. Ich kann nicht mehr, wenn ich nicht mehr so mache. Ich kann nicht mehr auf die Ecke. Ich kann nicht mehr auf die Ecke. So. Ich kann nicht mehr auf die Ecke. Warum muss ich jetzt hier rennen, oder? Mann, wann wird's ja mal grün? Sollte jetzt eigentlich mal grün werden. Jetzt! Endlich! Diesmal haben die sich hier echt Zeit gelassen. Das ist auf jeden Fall hier wieder... Zweite... Ah ja, hier hinten ist es. Habe ich doch die Lieferung abgeholt, warum muss ich denn jetzt hier wieder hin liefern? Ähm... Und hier brennt's. Natürlich. Es brennt und ich liefere hier trotzdem. Premium Lieferung ist das hier. Einfach Premium Lieferung. Naja Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Da. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Da werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und schreibt auch gerne noch einen Kommentar in den Kommentaren. Wer hätte es gedacht? Auch sonst. Naja, wir sehen uns. Euer Stendor. Ciao, ciao. vasst4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 8 9 7